Ähm... Ja, Nidoran, mach das bitte mal. Wow! Das ist schlecht. Ah, ich weiß nicht, ob wir das schon probieren können. Das Ding hat Anziehung. Ah... Drei Stück, das ist mir eigentlich ein bisschen zu... Ah, zu heikel. Zugabe, okay, kannst du haben. Wir sind eh in dich verliebt, also von daher... Ist eigentlich total falsch, irgendwie. So, komm, jetzt probieren wir es mal. Bitte funktionier! Jawoll! Wir haben bis jetzt jedes Moemon auf Anhieb gefangen. So, Nickname wollen wir dir nicht geben. Und wir schauen mal... Moment, ich muss eben noch einmal abhaken, dass wir jetzt auch Pipi haben. Äh... Hatten wir schon Paras? Ich glaube, das habe ich mal wieder vergessen. Zubat haben wir auf jeden Fall. Wäre traurig, wenn wir keinen Zubat hätten. Bei der, äh... Begegnungswahrscheinlichkeit. Ja, da können wir doch mal nachgucken. Ja, haben wir. Das heißt, uns fehlt tatsächlich nur noch Kleinstein. Und das sollten wir tatsächlich im zweiten Untergeschoss versuchen. Denn da ist die, ja... Begegnungswahrscheinlichkeit etwas höher als im Erdgeschoss. Nämlich bei 30%. Im Untergeschoss 2. Im Erdgeschoss nur von 25%. Dadurch, dass aber Zubat so extrem häufig vorkommt, äh... Naja, geht das Kleinstein irgendwie so ein bisschen verloren. Und schon wieder ein Pipi. Na komm, Kazumi. Das darfst du mal machen. Ich glaube, ich werde an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut setzen, bis wir einem Kleinstein begegnen. Mit etwas Glück. Oh, das hat auch Anziehung. Das kann doch nicht wahr sein. Egal, ich setze hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir... ...einen Kleinstein antreffen. Bis dann. ... Und... Wow. Ich glaube, ich brauche überhaupt gar keinen... ... obwohl doch, ich muss einen Cut setzen, weil ich, äh... ...Speed-Taste genutzt habe. Maaan! Ähm, ja, was machen wir? Zur Ruhe. Das darfst du mal machen. Das könnte jetzt natürlich auch gut möglich sein, dass, äh, zur Ruhe... ...kläglich scheitert. Aber wir brauchen irgendetwas, was nicht sehr effektiv ist. Und es ist paralysiert, wie geil. Dürfte eigentlich gar nicht funktionieren. Weil Donnershock hat keine Wirkung und Donnerwelle hat auch keine Wirkung. Und ich glaube, ich sollte mal mein, ähm... ...ja, Fluchtwert ein bisschen erhöhen. Beziehungsweise ausweichen. Äh... Komm zur Ruhe! Du hast bis jetzt einen super Job hingelegt. Und das soll auch so bleiben. Sehr gut. Ah, was war das denn? Oh, nett! So, zur Ruhe. Einmal darfst du noch und dann versuchen wir mal unser Glück. Wobei, einmal geht noch. Jetzt aber. So, Tasche, Pokeball und los geht's. Sehr schön. Das heißt, wir haben auch Kleinstein. Damit haben wir alle Moemon auf dem Mondberg gefangen. Nein, wir wollen dir keinen Spitznamen geben, denn du kommst leider nicht ins Team. Obwohl es eigentlich mal interessant wäre, auch einen Steintyp zu trainieren. Habe ich tatsächlich noch nie getan. Außer natürlich in der Gold- und Silber-Version ein Onyx. Weil ich halt ganz einfach einen Stahl aus haben wollte. Aber das zählt ja nicht wirklich als, ja, Steintraining. Denn man hat ja eigentlich einen Stahl trainiert. So, was haben wir denn hier? Ähm... Zur Ruhe geht es gar nicht gut. Ich glaube, ich setze hier einen kleinen Cut. Ich gehe nochmal ins Pokémon Center und wir sehen uns dann gleich wieder. Nachdem wir natürlich dem Zubat wahrscheinlich, genau, begegnet sind. Ja. Also, kurzer Cut und wir sehen uns dann an der Stelle wieder. Bis dann. So, und da sind wir wieder. Was? Du willst nicht kämpfen? Achso. Okay. Da war ich nur eins zu weit drüben. Okay. Okay. Ich glaube, er hatte irgendwie so etwas gesagt wie, äh, magst du Höhlen auch so? Ja. Nee, eigentlich nicht. So, was hast du denn anzubieten? Ein Radfratz. Okay. Ähm, wir bräuchten eigentlich mal einen Kampf, äh, Moemon irgendwie. Äh, komm, Aiko, das machst du mal. Ich habe da nämlich einen Plan. Ja, ich benutze Teckel, ich bin, äh, aber es hat gereicht. Das ist die Hauptsache. Äh, ja, wir möchten wechseln. Und zwar Nidoran kommt rein. Und da verabschiedet sich schon meine Stimme. So ganz langsam. So. Ja, zur Ruhe. Zur Ruhe macht das. Ich war jetzt schon kurz am überlegen, ob wir eventuell Kasumi nochmal, äh, ja, so ein bisschen einen Push geben. Allerdings, ja, sie leveln wir ein bisschen später. Kommt alles noch. Das Leveln werde ich sowieso höchstwahrscheinlich Offscreen machen. Aber wir haben ja eigentlich bis jetzt nicht wirklich großartig Kämpfe ausgelassen. Also, von daher müsste eigentlich vom Level her alles noch passen. Okay, Fokusenergie. Ein Zubat. Okay. Kannst du machen. Da kommt natürlich wieder zur Ruhe zum Einsatz. Ja, mittlerweile habe ich auch den Namen drin. Yay. Ah, übrigens, was mir eben noch einfällt, äh, ist zwar vielleicht etwas früh, aber, ähm, ich hatte ja die, äh, Pocket Monster Midori-Version gehabt. Und, ich meine, jeder von euch kennt den, ja, die Stadt Lavandia oder Lavandia, je nachdem. Und es soll ja angeblich einen Glitch geben, ähm, des, äh, ja, lebendig begraben Typen da, also den Zombie, der da in dem Grabstein, äh, rumherhängt. Ich habe es ausprobiert. Und es ist ein Fake. Also, es ist definitiv ein Hack. Wobei ich das eigentlich ein bisschen schade finde. Ich meine, ähm, ja, Nintendo hat so viele Sachen irgendwie eingebaut, wie zum Beispiel diesen Mondstein hier. Und den Steintrainer, der, äh, also den Wanderer, der hier einfach mal eiskalt vor uns abhaut. Ja, finde, wie soll ich sagen, finde ich eigentlich ein bisschen schade, denn, äh, so eine Sache wäre eigentlich ziemlich krass gewesen. Und ich meine, es sind ja sogar Geistermädchen in den späteren Generationen anzutreffen. Ähm, ich sag nur Illumina City in, äh, Pokémon X und Y, welche, welches man im, ja, Fahrstuhl da antrifft. Und das finde ich ziemlich, ja, ziemlich krass eigentlich. Also, ich meine, was soll das? Man will ein bisschen den Ort erkunden, äh, geht in einen Fahrstuhl, fährt in die erste Etage, denkt sich nicht nichts Böses und auf einmal flackert das Licht und, äh, ja, so eine Hexe steht auf einmal hinter einem, welche an einem vorbeischwebt. Was zum Teufel soll das? Das muss ja irgendeine, ja, irgendeine Geschichte sein. Und ich meine, selbst, äh, ja, wenn man das nicht unbedingt komisch findet, findet man die nächste Situation lustig. Denn dieses Geistermädchen kann man tatsächlich noch ein zweites Mal antreffen und zwar in diesem, ähm, äh, Haupthotel da, wie heißt das? Ja, wo man auch arbeiten kann. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Auf jeden Fall findet man dann dieses Mädchen, ich glaube, in der dritten Etage rechts in dem Zimmer neben dem Aufzug. Und das Einzige, was sie einem sagt, ist, äh, sei bitte leise, wenn du nicht leise bist, kann ich den Fahrstuhl nicht hören. Da gibt es ja mittlerweile auch schon die, äh, ja, wunderschönsten Theorien, was, was es mit den Geistermädchen auf sich hat. Und, ja, ich sag mal so, der Stoff für eine Creepypasta oder irgendwie so etwas ist auf jeden Fall gegeben. Also, bin gespannt, was sich da noch so alles, äh, rausentwickelt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es dazu eine Creepypasta geben wird, weil der, ja, der Stoff dafür ist einfach zu gut. Äh, Rangneb, genau. Und es gab ja auch in der, äh, Pearl, war das die Pearl-Edition? Äh, da gab es ja auch so eine ähnliche Situation, äh, mit so einer verlassenen Villa. Und auch einem Geistermädchen. Wobei man die Geschichte mit dem Geistermädchen in der Pearl-Version, äh, doch ziemlich, ja, ich sag mal, zu Ende führen kann. So. Aber, ach, stimmt, das geht ja hier noch weiter. Ja, Kampf. Ja, natürlich ein Zubat. Nee, da habe ich jetzt keine Lust. Wir brauchen ganz dringend Schutz. Ja. Kleine Kinder sollten sich nicht mit Erwachsenen anlegen. Ja. Auch ein sehr schöner Fakt, dass man als, äh, zehnjähriges Kind eine komplette Verbrecherbande aufhält. Auch sehr schön. So, komm, zur Ruhe. Das darfst du einmal erledigen. Ja, komm, Donnershock. Ja, komm, Donnershock. Eller, менее, da. Ja, komm. Ja.